Kamera ist schneller, weil sich Jo drehen muss, Kamera und das Tor von Maxi, Kamera! Das macht er super, der leichte Wackel noch durch die Hosenträger von Strahlmeier. Waren alle schon wieder offensiv unterwegs, Scheibe bleibt im Drittel, Tor! Shepard macht es klasse und Nöbels Kategorie, den mache ich blind. Große Möglichkeit für Nürnberg, Fragezeichen, ja! Skill nagelt das Ding unter die Latte und danach landet er mit dem Kopf an der Latte. Von Chris Kerstl, wieder allein vorm Tor! Monster save Endras. Tic-Tac-Toe-Versuch, aber nicht mit Denis Endras. Linker Schoner wird ausgefahren, hier klasse Save von Endras. Benedikt Schopper ohne Schläger rutschte da in die Scheibe und jetzt auf der anderen Seite Tor für die Tigers! So schnell geht das! Antoine Lagarnier schirmt da die Scheibe ab, verzögert und lässt da Justin Poggi keine Chance! Schöne weiter! Oh, super Tor! Was für ein Pass von Wokes! Und Jeffrey auf der langen Ecke braucht nur noch einen Nippen! Ja, also ganz starkes Spiel, muss man wirklich sagen! Abelshauser wieder rüber, direkt weiter, Wokes, lange Ecke Jeffrey, also das ist ja Lehrbuch! 2. 2. Versuch, 6. Runde, Bartha gegen Brückmann. Bartha und diesmal! Matas! Und jetzt macht er die Scheibe! Was ist geschehen? Es wird ja! Und wir sehen nochmal diesen wirklich wunderbaren, geschossenen Penalty. Wir erinnern uns an seine Treffer in Mannheim, das war ja ein Alleingang, ähnlich wie hier beim Penaltyschießen! Und da hat er sich den schönen ausgeguckt! Was für ein Versuch! Tolles Tor! Borna Rendulic! Mit dem Vorwärtsgang! Schönes Tor! Tic-Tac-Toe-Tor! Ja, Wahnsinn! Klasse Spielzug der Grizzlies! Einmal links, einmal rechts und dann geht's rein! Schneller Anlauf! Urbaas! Und er macht auch das Tor! Da legst du ihn nieder! Perioden als Kleing Reporter. Du kust siehst. Komm her! Vielen Dank.